Wir gucken erst mal PC und chillen. Achso, wir müssen ja die Leute begrüßen. Ach stimmt. Öff! Sorry, ey! Sorry! Huhu! Hallo Leute! Ich war so kurz davor, euch wieder ins Ohr zu schreien. Hab gedacht, ich lass es mal lieber. Ja, ich kann es heute auch nie. Okay, aber morgen. Ja, morgen kannst du wieder brüllen. Wie Löwe. Na, wie geht's euch? Wie ist es euch ergangen, die letzte Zeit? Wir gucken heute Princess Charming. Folge kann ich nicht sagen. Vier? Vier! Und da check ich dann immer, wie krass das ist, dass das jetzt schon wieder dieses Format uns einen Monat begleitet. Stimmt! Man vergisst das! Es vergeht mir zu schnell, die Zeit. Die Zeit rennt. Immer ganz live. Und du bist auch so groß geworden. Ja. Ja, als du das letzte Mal gesehen hast. Ich bin... Eine Pfeife. Aber Leute, bevor ihr euch fragt, ja, ich hab heute mal Zähne geputzt, ist jetzt halt das passiert. Ich dachte eigentlich, du gehst mit nass. Du bist nicht so geübt, ne? Geht mit nass raus, ich mach's noch nie so lang. Zähne putzen. Und damit müsst ihr jetzt... Macht doch nichts! Ich hoffe, euch irritiert das nicht, weil sonst müsste ich die ganze Zeit so kommentieren. Wir freuen uns auf Maike. Natürlich freuen wir uns auf Maike. Maike muss jetzt bitte in dieser Folge endlich mal für sich den Entschluss fassen, ob sie da bleiben möchte und die Zeit genießen möchte oder ob sie die Zeit nicht genießen kann. Und dann muss sie bitte die Konsequenz ziehen. Dann ist diese Folge Sexy Time! Was sagen wir? Selea und... Lucia hatten wir gesagt. Lucia. Genau. Namen schon wieder vergessen. Ich hab so Bock. Ich will da jetzt richtig einsteigen. Ich will, dass das gleich damit losgeht. Ich will in dieser Folge erfahren, wie Lea das erfährt, ob sie es erfährt. Was? Da wurde ja auch im Pool noch rumgemacht. Also schamlos! Ich will eigentlich auch wissen, ob Lucia noch auch mit Lea rumgemacht hat in der Nacht. Genau. Das wissen wir ja auch noch nicht. Also das wird jetzt richtig geil, wenn ihr das auch gucken wollt. Die komplette Folge. Dann solltet ihr natürlich mal bei RTL Plus vorbeischauen. Den Link gibt's in der Videobeschreibung oder bei Insta, wenn ihr da gucken wollt. Und dann macht ihr euch einfach nen Account! Richtig! Und jetzt wird's Bombo-la! Bombo-cha-cha-cha! Okay, los! Die Nacht mit Lea war sehr schön. Sun in the sky. Also alle Ebenen, glaube ich, so einmal abgepellt. Haben gespürt, wie wir wirklich sind. Weil das ist ja am Ende das, was zählt. Das ist alles, was zählt, Mars. Die Frage ist dann halt jetzt für uns, wie intensiv war denn dann die Berührung, dass ihr euch so krass gespürt habt. Ich will das auch wissen. Ich will da jetzt mehr erfahren. Nicht immer hier durch die Blume. Ja, ich bin irgendwie noch ganz verzaubert, aber gleichzeitig auch sehr ruhig und ausgeglichen. Ich glaube zum ersten Mal, seit ich hier angekommen bin. Das war auch manchmal so sexy. Ist natürlich komisch. Jede Person kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn eine Person, die man gedatet hat, jemand Neues datet. Maike, einmal sage ich dir jetzt noch, du bist da in einem Format, wo das immer wieder passieren wird. Und du musst jetzt mal sie schnappen und dir mal das Gefühl geben, dass dir das wichtig ist. Wenn es dir wirklich wichtig ist. Ich weiß es nämlich nicht. Und ich möchte auch gar nicht mehr so viel eigentlich drüber reden. Nee. Aber habe ich jetzt getan? Willst du noch was dazu beitragen? Nö, aber du hast ja was trotzdem passendes gesagt. Ich habe mir einen Tipp gegeben, was sie jetzt natürlich im Nachhinein schwer umsetzen kann. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem noch eine Veränderung sehen werde. Siehst du das mit dir und Melissa gerade? Ich bin so auf Abstand. Für die ist das schon mit Lea sehr viel wichtiger als das was mit Melissa ist. Ja, definitiv. Mit Melissa war einfach eine physical attraction. Nee, mit Melissa war einfach kurzer Weltguss und Ego-Booster. Sodass wir uns mal kurz ablenken, weil scheiße, ich bin überfordert mit mir selbst. Also laste ich mich jemand anderem auf. Nee, aber... Es könnte so sein. Man könnte das so interpretieren. Muss natürlich nicht. Müssen wir ja nicht. Jetzt sagt sie aber trotzdem ganz klar, Lea ist wichtiger. Und jetzt bin ich gespannt, inwiefern wir das sehen werden. Das nervt mich eher. Ich denke so, wie dumm das gewesen ist, dass wir flirty waren oder so. Aber es war ja auf emotionaler Ebene gar nichts. Das fühlt sich einfach so an, als wäre ich halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ich glaube ja sehr an Zeichen des Universums. Und dass wir beide am selben Zeh einen silbernen Ring tragen. Was meinst du, wie werden die Reaktionen sein? Aufgeregt, glaube ich. Überall, wie du das regelst? Ah, nee. Doch! Ja, eigentlich, wenn wir jetzt schon scheiße wären, würden wir sagen, krass, wie intensiv du alles fühlst und spürst und Zeichen. Und wie sehr du alles ausbildest davon in der Villa, indem du dann krank mit Zelea rummachst. Und ihr euch ja aber eigentlich, ich meine, es ist ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und es ist einfach die Person für dich. Die da ja auch gesagt hat, dass sie jetzt eigentlich eher so monogam und gerne das Interesse nur bei sich hätte. Das finde ich so, da würde ich jetzt auch gerne noch, und ich hoffe, das passiert auch noch von ihr, also von Lea mehr erfahren. Da will ich jetzt mal dazu gefragt wird, ob sie dann sagt, ja, du ganz ehrlich, ich habe das jetzt einfach ausgeblendet, weil ich habe das so krass gefühlt in dem Moment mit ihr und mal gucken, wo es hinführt oder ob sie sagt, vielleicht kann ich es mir ja doch vorstellen oder I can change her. So war ja letztes Mal so ein bisschen das Feeling auch, dass Lucia meinte, wer weiß, vielleicht kann ich mir ja vorstellen für die eine Person. Aber man merkt es ja innerhalb von 24 Stunden, dass es jetzt momentan erstmal nicht möglich ist, auch nur Interesse erstmal in eine Richtung entgegenzubringen. Ich bin eher gespannt, was Lucia uns erzählen wird, wenn das dann passiert, dass sie sagt, für sie hat das keine Bedeutung und ist einfach nur just for fun und sie lebt das und spürt das jetzt eben auch intensiv. Ich bin übelst gespannt, aber ich habe ja richtig Böcke auch. Es gibt Frauen, die können durch Beckenboden anspannen, ja, eigentlich können Orgasmus haben. Wirklich? Das finde ich, das finde ich so... Geneidenswert? Ja. Manche können auch recht schnell dann so, keine Ahnung, zwei Minuten anspannen. Also manche können ja auch... Ich liebe das. Also ich weiß ja jetzt nicht, ob sie das damit sagen wollte, aber sie so, na, es gibt Frauen, die können das halt so echt. Ja, klar. Also das geht halt auch, habe ich gelesen, geht dann todeschnell so zwei Minuten oder so. Ja. Also soll es geben. Und alle so, das ist bei dir. Ja. Also ich weiß es ja nicht, aber ich liebe das. Ich will das mal genau jetzt mehr erfahren. Loslassen ist wichtig. Du musst das ja auch lernen. Nee, nee, warte mal ganz kurz. Nee, das finde ich... Mann. Haben wir was verpasst, dass sie halt mal irgendwie gesagt hat, ihr fällt, also dass sie das gesagt hat oder interpretiert sie das jetzt im Sinne von mal aus Monotamin, du musst loslassen? Das weiß ich auch nicht, aber mir ist das gerade... Mir ist das gerade... Zu sensual? Ein Stück too much für... Für eine Nacht verbracht. Ja. Ja. Also so Anziehung und ja, du bist da in der Bubble. Ja. Vor allem in dem Format. Aber wir haben das immer, wenn das erste Mal jemand dort gepennt hat, dann hat man das Gefühl, der Rest kann einsteigen, kann immer gehen. Aber deswegen hoffe ich, dass Lea jetzt sich dann, dass sie jetzt noch so in diesem Gefühl ist. Kann sie gerne auch noch genießen. Und aber dann irgendwann so, äh, Alter, es warten ja noch geile andere Frauen auf mich. So. Und dann ist sie wieder im Modus. Und das fände ich super. Ja. Es war einfach, mich in Lucias Gegenwart auch mal fallen zu lassen. So einem frühen Zeitpunkt dieser ganzen Reise macht das natürlich auch was mit mir. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen auf mich zukommen. Jetzt sind wir jetzt schon direkt in der Pulsituation und sie lehnt sich dann am besten auch an Selea an und sagt, das war so krass geil mit Lea und wir haben uns einfach wieder mal gespürt. Ich konnte mich mal wieder spüren und sie hat mich gespürt. Ich habe sie gespürt. Und dann macht sie mit Selea rum? Ich wusste nicht, dass wir jetzt schon so schnell in der Situation sind. Komm, wir kommen einfach mal. Und dann hat sie gefragt, ob ich bei ihr übernachten möchte. Da habe ich ja gesagt. Ist ein Kuss gefallen? Ja. Ist natürlich nicht schön für mich zu hören, wenn ich noch was für Lea irgendwo in mir übrig habe. Wir haben uns schon mit Körperlichkeiten noch relativ bedeckt behalten, weil wir so viel zu besprechen hatten. Und habt ihr gekuschelt? Ja, natürlich. Bye! Oh, ich bin nicht mei. Bitte nicht. Mir tut es ja auch leid, dass sie diese Emotionen hat und dir ja auch. Das weiß ich ja. Aber es ist halt immer noch das gleiche Thema, dass man denkt... Ja, aber ich wollte gerade sagen, jetzt wo sie sich ja einig ist, dass sie wegen... Lea das? Naja, das wollte ich gerade so sagen, aber eigentlich hat sie das nie gesagt. Sie hat nur gesagt, Lea ist wichtiger als Melissa. Dass wir jetzt natürlich sagen können, alter Girl und wenn du es nicht vertrickst, dann geh. Aber sie ist ja wahrscheinlich in dem Modus jetzt doch nochmal um Lea kämpfen. Ja, wenn sie jetzt... Dann kannst du ja auch nicht gehen, dann kannst du ja nicht... Wenn es jetzt bei ihr das auslöst, dass sie sagt, alter, mir das überhaupt vorzustellen und dass das jetzt Realität ist, dass jemand anders mit ihr rumgemacht hat und das verletzt mich jetzt so sehr. Und da habe ich gemerkt, okay, ich empfehle dir noch was für die Frau. Ich muss da reingehen. Ich muss das ergründen, gucken, was geht mit ihr. Okay. Aber dann erwarte ich jetzt auch, dass da was passiert. Ja. Im Thema ansprechen. Ja. Und richtig miteinander reden. Ich es total schwierig finde, dass alle eine sehr schöne Experience mit ihr haben und eine Leichtigkeit. Und ich habe Schwierigkeiten, gerade so ein bisschen daran zu glauben, wo ich da einsteigen kann mit Lea. Sie hat auf jeden Fall gesagt, das will ich ganz gut teilen mit euch. Sie hat gesagt, es ist ein Dealbreaker, wenn man was mit anderen anfängt. Also ich glaube, damit meinte sie nicht unbedingt jetzt so mal betrunken Flaschen drehen spielen. Lucia scheint ja eher so in die polyamoröse Richtung zu gehen. Und das ist kein kleines Ding. Und das kann natürlich sein, dass Lea denkt, es war ein schöner Moment mit Lucia. Aber wie funktioniert das im realen Leben denn? Wie kommen wir da zusammen? So, danke, Milza. Du kannst das natürlich in bessere Voto verpacken als ich. Aber es ist genau das, was ich die ganze Zeit meine. Für mich ist das nämlich auch nicht mal, ach, wir schauen noch mal. Ne, das ist total schwierig. Ich finde, das ist schon so, wenn du dir da nicht einig bist, so kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und bestimmt gibt es da auch viele so irgendwelche Zwischenstufen, was dann auch irgendwie vollkommen okay ist. Und es gibt sicherlich auch Paare, die das irgendwie geregelt bekommen. Ich bin ja immer der Meinung, die Frage ist dann immer, ich glaube für mich, für wie lange könnte das geregelt werden. Ja, genau. Und das meine ich halt so. Ich finde, das ist, wenn du dir von Anfang an bei sowas so eigentlich unterschiedlich bist, was ja auch okay ist, aber dann ist das was zum Scheitern verurteilt. Weil irgendwann wird... Ne! Ich finde das für mich fast ähnlich gleichzusetzen, wie die Frage, möchtest du mal Kinder haben? Ja. Und wenn einer mehr zu nein oder eine mehr zu nein tendiert, dann ist das so eine Zeitverschwendung, da zu sagen, ach, mal schauen, wie es in fünf Jahren ist. Ja, voll. Ja, ich... Aber haben wir jetzt, habe ich das verpasst, wie Melissa zu der ganzen Sache steht? Also monogam? Poli oder monogam? Naja, Melissa ist eher monogam. Ich frage nochmal kurz in die Redaktion. Weil dann muss sie ja dann... Ja, ist proven. Dann muss sie das ja für sich dann aber auch... Ach, na gut, nur weil sie ja da mit ihr rummacht. Sie kann sie ja auch noch sexy finden. Ich finde, Melissa wirkt da wirklich beisammen obenrum. Ja. Obenrum komplett beisammen. Ja. Schnelligkeit und Adrenalin. Das sind zwei Sachen, die ich liebe. Sina. Maike. Lara. Tay. Also ich freue mich mega, dass ich beim Date dabei bin. Nur ist es halt ein scheinbar sehr aufregendes Date. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich Adrenalin eigentlich so gar nicht mag. Aufregung und Action. Nee. Aufregendes, was Spannendes ist gar nichts für mich. Fühl ich aber irgendwie. Ich will wirklich lieber Harfe. Mann. Guck doch mal die Maus da unten. Meditiere, Marioka. Natürlich. Spannende Filme? Nee. Nee, ich mache auch keine spannenden Filme gucken. Ich möchte einfach keine Aufregung in my life. Es gibt ja Leute, die sagen, I'm at peace, ich will da eigentlich nicht dabei sein. Aber ich liebe das, wie die das sagt. Voll. Die ist halt so, ach ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich geh halt jetzt mit. Ich bin gespannt, ob sie, je nachdem was es ist, ob sie es macht. Man könnte mir auch vorstellen, sie denkt sich gerade irgendwas ganz krasses aus, was überhaupt nicht stattfinden wird. Aber da müssen wir eigentlich auch dazu sagen, es ist ja ähnlich. Wenn das deine Ansicht vom life ist und du jetzt eher, nee, besonders actiongeladen bist oder diesen Nervenkitzel, nee, brauchst, sagen wir es mal so. Kann es jetzt natürlich sein, Gegensätze ziehen sich an, weil von Lea wissen wir, sie liebt sowas. Jawoll. Andererseits, weiß ich nicht, wenn es dann so da auch auseinander geht, es kann ja auch in solchen Bereichen weit auseinander gehen. Hm. Ja. Vielleicht wirklich dann eher kein Match. Na, da muss man dann das noch weiter ergründen. Ich fahr ja selber auf Motorrad und so. Also das ist voll mein Ding. Das ist irgendwie nervig. Vielleicht hätte ich mich auch jetzt an diesem Punkt mal mit einem Gruppendead zufrieden gegeben. Es wäre in Ordnung, hauptsache ich hätte die Chance gehabt, überhaupt mit ihr zu reden. Dann noch ein bisschen Adrenalin ins Gefühlsgas rein. Heute befinden wir uns auf einer Kartbahn. Hier Angel für Lea. Ich finde von, sie heißt Lara, ne? Ja. Ich finde das so cool, ich liebe das, diese Jeans-Shorts, die so bis zum Knien gehen, aber ich kann es nicht anziehen. Es sieht bei mir komisch aus. Bei dir wird es ja gerade gut aussehen. Nee, eben nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es sieht ganz falsch aus bei mir. Ich glaube, du musst dich noch dran gewöhnen. Also ich kann es nicht anziehen. Du kannst es gerade anziehen. Aber ich finde, bei ihr sieht es richtig geil aus. Vielleicht ist es auch nur, dass ich es für mich nicht fühle. Das ist es. Kann auch sein. Aber ich wünsche, ich würde es fühlen, weil so wie es sie aussieht. Bömmbo. Bömmbo la. Ganz wichtig, bevor wir uns hier fertig machen, ist, dass wir uns noch ein bisschen in Schale werfen. Brauchst du Hilfe, Maike? Beim Anziehen? Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Lea auch so ein bisschen mit Maike geflirtet hat. Man merkt einfach, dass eben zwischen den beiden mal was war und auch immer noch ist. Also weißt du, woran ich es merke? Dass Maike von... Ja. Ja, bei Maike macht man es schon, aber bei Lea weiß ich nicht. Naja, ich glaube, Lea fühlt ihre Rolle, die sie eigentlich da grundsätzlich fühlen sollte, fühlt sie gegenüber Maike komplett. Ja. Dass sie auch so ein bisschen denkt... Weißt du was? Du hast mich vielleicht letztes Jahr auch ein bisschen verarscht. Ich bin jetzt hier Princess. Jetzt bin ich die Princess. Guck mal. And it's my time to shine. Und jetzt gucken wir mal, was wir mit dir hier veranstalten. So ein bisschen. Aber ich glaube schon auch, dass ihr noch was an ihr liegt. Ansonsten hätte Lea auch schon längst gesagt... Bye. Bye, bye, bye. Also natürlich, ich glaube, die wollen das schon auch klären, aber ich... Also ich an Leas Stelle wäre so wie, eigentlich muss Maike jetzt auf mich zukommen. Ja! Ja, wäre ich auch. Ja! Ja! Also sie hat Gott sei Dank das so ein bisschen übernommen, so einmal kurz das Eis zu brechen. Ich hatte einfach ein bisschen Panik so. Es war pure Aufregung. Ich war überrascht, wie schnell wir unterwegs waren. Zwischendurch haben wir uns gegenseitig auch so ein bisschen angegriffen. Das hat richtig Spaß gemacht. Besonders beeindruckt haben mich natürlich Tay, die auf Platz 1 gelandet ist. Und Sina, die über ihren Schatten gesprungen ist. Befasst ihr euch so mit euren Themen, mit euren Traumata und schaut, wie ihr die so in den Griff bekommt? Oder? Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als immer so zu bleiben, wie man ist. Ich bin jetzt aber auch schon länger in Therapie. Dadurch auch dieses gute Verständnis für Kommunikation. Ja. Man ist zwar so toll, wie man ist, aber ich finde, man kann immer besser sein. Wie geil ist das denn? Warum brauchen wir denn immer dieses Format, dass Menschen so offen darüber reden, über sowas sprechen und fragen, welcher Shisha-Tabak ist dein Liebster? Ja, sowas will ich doch sehen. Was ist dir denn wichtig bei deinem Partner? Der muss ehrlich sein, loyal und nett zu mir. Und wo siehst du dich so? Also hast du Träume? Haus, Frau, Hund, Garten oder die Welt bereisen? Ja. Ja. Ich musste im letzten Jahr auf jeden Fall auch super viel darüber lernen und ich glaube, gerade Bedürfnisse zu kommunizieren, ob das jetzt positiv oder negativ bei dem Counterpart ankommt. Ich glaube, weil ich ja auch ein bisschen lernen musste, mit Frauen zu kommunizieren. Ja, stimmt. Was auch mal ein bisschen was Neues war. Frauen kommunizieren auch in meiner Ansicht anders, als Männer das tun. Das habe ich ja auch schon gesagt. Wir haben auch hier im Raum gesagt, gut, aber die ist ja kein anderer Mensch. Und ich habe ja auch gesagt, ich kann mir schon vorstellen, wie die auch in ihrer Heterobeziehung war als Mensch. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es überwältigend ist und man ja seine Mechanismen erlernt hat über die ganz lange Zeit, wie man eben bei ihr damals noch auf das andere Geschlecht wirkt, wie man vielleicht für sich selber erlernt hat, kommunizieren zu müssen. Und dass es halt jetzt mit dem gleichgeschlechtlichen Geschlecht ja ganz anders ist. Ja. Und dass man das da erstmal braucht und vielleicht aus antrainierten, vielleicht etwas toxischen Mustern von einem selbst wieder rauszudrehen, dass das ein bisschen dauert. Ja, verstehe ich ja auch irgendwie. Aber trotzdem haben wir hier so einen komischen Ausgangspunkt, wo ich denke, du hast dich halt einfach geghostet. Naja, und ihr Verhalten ja jetzt bisher in der Villa ist ja trotzdem auch nicht so geil. Komm, gut nach Hause. Tschüss. Tschüss. Maike, würdest du vielleicht noch kurz dir eine Minute nehmen? Ja, gern. Dann war es mir eben wichtig, Maike heute mitzunehmen und mir danach auch noch Zeit für sie zu nehmen. Ich hätte mir so gedacht, also wenn ich Lea gewesen wäre, wäre ich so, also ich warte so lange in der Hoffnung, weil ich will das heute klären und ich hoffe für sie, dass sie mich anspricht. Ja, werde ich auch so gemacht. Und dann hat sie es nicht gemacht, dann war sie so, ja, okay, tschüss. Und dann war sie so wirklich in der letzten Sekunde, ja, Maike. Ja. Willst du noch bleiben? Unterschreibe ich. Sie sehen schon goldig aus, so Samba. Ich stehe richtig wie so Spanner hier. Wir sollen mal so eine Zeitung nehmen und so Löcher reinmachen. Ich bin auch ein bisschen verspannt. Ich bin auch ein bisschen verspannt von letzter Nacht, weil ich war ja dann der große Löffel bei Lea. Vielleicht kannst du mir das aber heute nochmal rausmassieren. Lea hat so ein, zwei Mal schon irgendwie bekundigt, dass mein Interesse zu ihr auf Gegenseitigkeit beruht. Das ist halt ein bisschen kompliziert. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit ihr spreche, werde ich irgendwie mega nervös. Das heißt, ich krieg irgendwie nicht so richtig, ich krieg's irgendwie nicht so richtig hin. Ähm, so. Ich weiß nicht, ich bin so schwierig einfach. Ich kann nicht so, ich bin ein bisschen so. Ich bin schon mental so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Das hat mich dann doch schon ein bisschen mehr mitgenommen, als ich mir ausgemeldet habe. Ich glaube, warum ich dich nicht so ganz angucken konnte, war, weil ich hier sehr nah am Wasser gebaut bin. Also ich kann das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich hätte glaube ich, also so wie ich mir jetzt vorstelle, wir waren ja nicht dabei, wie deren ganze Vorgeschichte ist und so und was da jetzt vielleicht vor Ort noch passiert ist. Ich würde ihr das, ich hätte auch richtig Probleme damit, ihr das abzukaufen, dass es ihr so weh tut, mich dann irgendwie zu sehen und mit der ganzen Situation, dass sie sagt, mir würde deine Tränen runterfließen, weil ich würde mir denken, du hast mich geghostet, du hast dich gar nicht mehr bei mir gemeldet. Ist das jetzt nur, weil du halt hier bleiben willst? Ja und vor allen Dingen, weil sie ja trotzdem, finde ich, auch immer noch keine, naja, Erklärung oder Grund oder irgendwas. Ja. Eine Tür ging auf, eine Tür ging zu. Ähm, mir gegeben hat irgendwie. Genau. Ja, wir wissen noch nicht warum. Also das ist jetzt alles so, ja. Ich hoffe, wir erfahren das jetzt. Diese emotionalen ersten zwei Tage habe ich selber so von mir auch noch nicht erlebt. Es waren drei Monate, nachdem ich mich getrennt habe von meinem Ex. Drei Monate nach meinem Coming Out und ich glaube, mein Kopf war noch sehr, sehr viel Chaos und du kamst so unerwartet und allein schon, wie wir geschrieben haben vor unserem Treffen, allein das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Weil ich noch nicht bereit war für sowas. So, das ist doch jetzt mal, das kam jetzt mal ehrlich und nachvollziehbar auf mich rüber. Ja. Finde ich gut. Und ich hoffe auch, dass Lea das jetzt nachvollziehen kann. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie crazy das ja wäre, wenn die am Ende wieder zusammenkommen. Ich habe auch kurz gedacht. Aber auch wie crazy es wäre, wenn Maike das da so mitmacht dort ist und am Ende es doch jemand anderes wird. Also, weil crazy ist es ja nie. Wir haben alle Begegnungen in unserem Leben, die es am Ende nie wären für immer. Irgendwie fände ich das so in dieser, in diesem Bereich fände ich es dann krass. Das so miterleben zu müssen. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ich kann das auch nachvollziehen, wie sie es so gesagt hat. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so offended davon bin, ehrlich gesagt. Weil ich denke mir so, ja, das ist alles nachvollziehbar. Aber hättest du das doch einfach ihr so von mir aus auch nur geschrieben, wäre auch scheiße. Aber so weit war die in der Selbstentwicklung. Ich weiß, ich weiß. Aber was mir hier jetzt noch fehlt, ist, dass sie sich nochmal aufrichtig dafür entschuldigt, wie sie mit der ganzen Sache umgegangen ist. Bin gespannt. Was Maike heute geäußert hat, dass sie so eine Angst davor hatte, von mir verletzt zu werden, hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Wir haben uns nur sehr kurz gedatet und in dieser kurzen Zeit hatte ich auch nur die besten Absichten. Weil ich einfach natürlich auch deep down wusste, right person, wrong time, weil du bist unglaublich. Das habe ich dir auch geschrieben noch in der Nachricht. Mir tut es auf jeden Fall sehr leid, dass ich das so gemacht habe auf diese Art. Und das meine ich von Herzen. Maike hat heute sehr viel Emotionen gezeigt. Das fand ich sehr schön, denn so habe ich sie vorher noch nicht kennenlernen dürfen. Ja, ich war schon verliebt. Gab es in der Villa eine Person, mit der ich am Anfang so ein bisschen so ein flirty Vibe hatte. Da lief nichts. Das habe ich beendet. Melissa. Okay. Ich sehe eine Melissa und ich sehe mich. Ich denke mir dann so, okay, wenn du gerne Zeit mit Melissa verbringst, die ein ganz, ganz anderer Typ ist als ich. Wirklich komplett anders. Schön, dass du dich auf verschiedene Menschen einlassen kannst. Ich weiß nicht, ich habe da viele verschiedene Gedanken dazu. Ich verstehe sie da auf dem einen Punkt. Also ich habe das Gefühl, Melissa hat jetzt also gar keine Chance bei ihr. Weil sie ist so, Melissa ist so voll anders als ich. Verstehe ich jetzt nicht, warum du sie interessant findest und mich. Aber wo sie schon mitschwingt, wir sind uns so unterschiedlich. Wo ich denke, wie wollt ihr dann noch irgendwie gucken, wie es ist. Dann denke ich, mein Gott, Maike kennt die doch auch erst zwei, drei Tage. Die findet die halt sexy. Dann denke ich auch, man kann ja, man muss ja nicht einen Type haben. Die müssen ja nicht immer alle gleich aussehen. Und dann denke ich noch, die arme Maus date ich ja erst seit einem Jahr oder so. Frauen. Musst du da erst mal gucken, was dir gefällt. Ja, auf alle Fälle. Das ging von angespannt zu zack, schnell vertraut. Wieder durch dieses emotionale, geladene. Zu, dass Lea eigentlich immer noch, auch zu Recht, noch übelstes Misstrauen hat. Und das merkst du hier sofort. Und die ist viel, viel strenger mit Maike als mit einer Lucia zum Beispiel. Ist so. Ja, es ist so. Und ich kann es aber auch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Also allein von der, natürlich nicht von der Logik, aber so vom Herzen, dass man sagt. Ja, das schon. Aber wenn jetzt, wenn jetzt rauskommt, das Lucia mit Zelaya, wie würden dann, also. Ne, da muss sie dann Reißleine ziehen. Sie hat ja auch gesagt, das ist ein Dealbreaker. Da muss sie sie eigentlich rausschmeißen, wenn das rauskommt. Naja. Ich glaube, das wird halt nicht so gehandelt. Ja, wir gucken mal. Wenn es dann aber für eine emotionale Attraction ist, dann liegen da natürlich absolut Welten zwischen. Ich fand es ein wichtiges Zeichen heute von Maike, dass sie so offen war bezüglich ihres Flirts mit Melissa. Jetzt hoffe ich, dass wir einfach eine gelöste und entspannte Maike sehen werden. Ja, 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 erwischt habe ich dich nämlich. Ähm, die jetzt so ein bisschen mehr ihre Zeit da genießen kann und weiß, worauf sie sich konzentrieren muss und nicht mehr viel. Ich drück... Ich drück da wirklich die Daumen. Ich wünsche mir das auch, aber ich habe noch Bedenken, aber toi toi toi. Jetzt sehe ich so, okay, sie hat sich in Maike verliebt, sie hat so mit Lucia das Übernachtungsdate und wir sind vom Typ her so komplett unterschiedlich, wir drei. Und dann scheint Leas Typ aber eher Maike oder Lucia zu sein. Maike ist auf dem Einzeldeck. Leute, das ist sehr, sehr gut. Ich lief's gerne so körperbetont zu tanzen oder betanzen zu werden. Bist du horny? Du bist es, ein bisschen, ne? Ich habe ja mein Vibrato dabei, deswegen. Soll ich den her holen? Hol ihn mal. Hol ihn mal. Hol ihn mal. Mach mal. Das ist doch nicht schlimm. Ist das schlimm, Leute? Soll ich meinen Vibrato machen? Nee, wir finden das nicht schlimm. Keiner? Nö. Ich bin sehr flink. Nö. Bist du so die Mittelalter, die... Mit der Hand? Ja? Schon oldschool, ja. So richtig... Auch im Mittelalter! Bist du noch so im Mittelalter? Kriegst du hier einen Stock unten rein? Ich hatte richtig Schiss, was bei ihr jetzt rauskommt. Warum Mittelalter? Oldschool. Aber ich finde es ja so geil, dass sie so... Also so... Sie hat ja so Bock auf das Thema. Ja, weil die horny ist. Na klar. So, ich hole das jetzt. Ist das komisch? Soll ich den holen? Die so, ja, hol doch mal. Soll ich den wirklich jetzt holen? Und dann, naja... Und ihr so? Also habt ihr auch was dabei? Ähm... Leute? Und alle so, nee. Nee? Soll der Horny? Soll ich den Mittelalter? Ich liebe das. Das macht ja nur... Wir spielen Flaschendrehen. Melissa hat ja noch vor fünf Stunden gesagt, dass das scheiße war, dass sie geknötet hat. Ach so, ja. Na ja, wenn der Vibe stimmt. Ich habe aber immer wieder das Gefühl, dass die manchmal dann da denken, wenn das so alle machen oder viele und das so ein bisschen ein Party-Game ist, dass das wieder... Also das reicht halt ausreden. Nee, das ist deren... Genau. Ich wollte gerade sagen, das ist dann deren Ausrede, dass sie sagen, wir haben ja mal Flaschendrehen gespült. Hätte ich jetzt auch nie gemacht. Aber ich musste ja. Ich war ja jetzt hier auf ernst. Ich wollte ja nicht Spielverderberin sein. Und weißt du, Lea und Lucia war ja dann, hey, ihr müsst jetzt miteinander schlafen. Ist doch klar. Ja, küsst die Person, die du am liebsten hier jetzt küssen würdest. Oh ja, ich liebe das! Also mir geht es einerseits gut und einerseits kommen mir schon so Gedanken wie so, okay, was wird Lea davon halten? Ich habe gekuschelt, Leute. Es tut mir leid, Prinzessin. Ich habe gekuschelt. Kuscheln ist nicht schlimm. Ach so, aber ich habe nicht geküsst. Das bewahr ich. Wenn ich jemanden küsse, dann ist es die Prinzessin Lea. Oh, Alter. Maia, Maia, du bist einfach wirklich... Das ist das Geilste. Vor allem so, ach so, Mann, ich konfesse es jetzt. Ja, ich habe gekuschelt. Sagt euch jetzt, Mädels, ne? Und die so, hä, ja, okay. Aber ich habe nicht geküsst. Also wenn ich küsse, küsse ich noch Prinzessin Lea. Wenn you want me to. Wie sehen wir... Ich muss jetzt mal fragen, wie sehen wir das? Auf der einen Seite lieben wir das, dass er bei den Prinz- und Prinzess-Formaten, bei den Charming-Formaten genau das einsetzen kann. Ja. Und das passiert für den Spice. Aber wenn ich jetzt in der Villa wäre, ich wüsste, wie ich das finden würde, ob ich so wäre wie, ganz ehrlich, mir egal, sollen wir alle irgendwie machen. Aber wenn ich dann wiederum mitkriege, dass nicht ehrlich Prinzessin Lea erzählt wird, dann kann ich, glaube ich, izig werden. Glaube ich auch. Weil dann finde ich es unfair. Glaube ich auch. Weil es dann einfach unfair ist. Ich glaube, mir wäre es Wurst. Es sei denn, ich hätte mich eh schon ein bisschen eingeschossen auf eine Person, wenn Maike da jetzt rummachen würde, wäre ich so, raffe ich nicht. Ich würde es halt bei Lucia auch nicht raffen. Und ich wäre vielleicht auch ein bisschen so wie, hm, also, was heißt nicht raffen? Eigentlich schon, weil sie hat ja gesagt, du, ich bin Poli unterwegs. Also, na klar trau ich es ihr zu. Aber, ja, ich glaube, ich würde da gar nichts zu sagen. Ich würde die vielleicht auch noch aus Versehen anheizen. Martin. Einfach damit die sich selber ins Ausschießen. Ah! Naja, selber schuld. Machen die denn da jetzt rum miteinander wie eine Sinne? Und ich würde das aber, wenn die dann, wenn die das verheimlichen wollen, vor Prinzessin Lea, sagst du ja, mir egal. Nee, ich würde aber versuchen. Wenn du die gut findest, meine ich ja. Nee, ist ich nicht. Ah, okay. Finde ich schwierig. Dass es für sie ein Dealbreaker ist, wenn hier in der Villa Romantic Feelings miteinander passieren. Dann ist, wenn du jetzt mal wieder bei Romantic Feelings, dann wird Lucias Ausrede sein, war keine, war nur Tension, war nichts Romantic. Mit dir ist es so Romantic. Kannst ja auch. Naja, okay, na klar. Oh, hab ich richtig Angst davor, dass das so sein wird. Also ich meine, ich würde jetzt hier auch nicht unbedingt unterstellen, dass das jetzt unbedingt Romantic sein muss. Aber die haben natürlich schon einen krasseren Vibe. Der ist ja jetzt nicht dort erst entstanden. Es ist für mich… Und mir wäre es auch zu lang. Das und es ist jetzt schon was anderes als zwischen Melissa und Katari, Christine und zwischen Inchi und Marlen. Also das wirkt irgendwie… Ne? Ja. Ne? Ihr wisst es doch. Oh. Ja, mit dem Fokusschen ein bisschen. Auf jeden Fall. Licht aus, schlupper aus. Also… Hallo… Ko… Al… Lugia und ich hatten Sex miteinander. Was mich richtig abfuckt. Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du es mir nicht? Ich würde dir noch eine Chance geben. Willst du die überhaupt? Ach, Leute! Jetzt bin ich doch… Ich glaube, die nächste Folge wird ja jetzt erst meine Folge. Ja, meine auch. Aber ich hoffe wirklich nur, dass es für einen Plot-Trist jetzt war, der Schnitt für die Vorschau weiß. Lea so anzugehen und zu Lucia dann noch zu fragen, willst du überhaupt, dass ich dir noch eine Chance gebe? Das muss umgedreht sein. Und dann noch zu sagen, ich bin in meiner Ansicht, was Monogamie betrifft, sehr… Ganz klar. Ich habe die klar geäußert und so. Lucia ist die erste, die jetzt gehen muss, wenn du wirklich auf dich achtest und auf dein eigenes Herz besachtest und sagst, ey, weil sie ist DeLulu und das wusste ich von Anfang an, dass Lea schon DeLulu mit Lucia ist. Ich finde es trotzdem… Also ich finde es krass, dass sie einfach auch sagt, ich hatte Sex mit der. Also das musst du auch erst mal machen. Ja. Ist natürlich gut und ist das Richtige, dass sie das sagt, aber… Und ich wette auch, dass sie das jetzt eher sagt und Lucia vorher nie hinkriegt. Also mit Absicht vorher nie hingekriegt hat. Weil eigentlich finde ich, also wir werden das auch nächste Woche nochmal richtig dann ausdiskutieren, bin ich der Meinung, dass irgendwie aufgrund, dass Lucia dieses Einzeldate hatte mit Übernachtung und wir werden es ja anhand Leas Reaktion dann nochmal merken, wie viel da gelaufen ist, direkt 24 Stunden später wieder mit einer anderen Person was hatte, dass ich irgendwie mehr für eine Lucia hätte das zuerst sagen müssen. Ja. Ja, verstehe ich. Ja, also wir werden da auf jeden Fall nächste Woche nochmal natürlich mehr reingehen. Da bin ich jetzt richtig gespannt, auch was sie jetzt für Konsequenzen zieht. Ihr könnt ja einfach mal vielleicht eure Prognose oder so schon mal in die Kommis hauen. Wie seht ihr das Ganze? Ähm… Crazy. Ganz crazy. Und ich kann sie aber auch jetzt schon verstehen, dass sie sich dort richtig verarscht fühlt. Ja, voll. Prinzessin Lea. Prinzessin Lea. Und Mai, wenn wir da sitzen… Ich hab nichts gemacht. Gekuschelt. Ich bin ja eigentlich wirklich ne Gelb bei Maus, ich bin ja ne Wilde. Ich hab sogar den Sucker dabei, den Satisfyer. Aber ich hab nichts gemacht, die hatte gar keinen Bock. Richtig. Wenn ich wen küsst, dann nur meine Prinzessin Lea. Ähm… Ich hab aber vorhin auch so gedacht, das ist halt immer so das Gefährliche an diesen ganzen Charming-Formaten, dass da halt wirklich auch der Prinz oder die Prinzess in der Villa sich denkt, naja, jeden Abend, den ich nicht da bin, kann was passieren. So. Leute liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Schickt das doch irgendwem, der uns noch nicht kennt. Ich verkneife so, was ich grad sagen wollte. Besser ist das. In diesem Sinne seid so wie ihr. Bleibt ihr Mäuse! Tschüss!